Auf das erfüllt würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein, in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm, Bist du der Jüden König, Jesus antwortete, redest du das von dir selbst, oder haben sie andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jüde, dein Volk und die hohen Priester haben dich hier überantwortet, Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt, fähre mein Reich von dieser Welt. Meine Lieder würden darauf denken, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde, Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.